So, 25. Dezember, Anwaltskanzlei Großberg. Ähm, ah, das vertraute alte Reusband. Aha, Sie sind Mias irgendwas, nicht wahr? Ich war Ihr Stellvertreter, stimmt, Phoenix Wright. Aha, und Sie sind auch Mias irgendwas, nicht wahr? Ihre kleine Schwester, richtig. Sie sind gewachsen. Sie sehen Ihre Schwester immer ähnlicher, wissen Sie? Das erinnert mich an vergangene Zeiten. Ah, die Tage meiner Jugend. Wie der Duft frischer Zitronen. Wissen Sie? Äh, Herr Großberg? Hm? Ach ja, entschuldigen Sie. Sie sind natürlich hergekommen, um etwas mit mir zu besprechen. Worum geht's also? Ist irgendetwas passiert? Letzte Nacht ist ein Mord geschehen. Ein Mord? Haben Sie nicht davon gehört? Ich, äh, bin gerade erst aufgestanden, wissen Sie? Tja, Miles Edgeworth hat jemand mit einer Pistole erschossen. Edgeworth? Was? Wen? Nun, die Identität des Opfers ist noch unbekannt. Das sind ja schreckliche Neuigkeiten. Ich glaube, er hatte noch nichts davon gehört. Herr Großberg? Was ist mit dem Gemälde passiert? Ach ja, ich glaube nicht, dass es jemals in dieses Büro zurückkommen wird. Ich kann es nicht wirklich als gestohlen melden. Ich denke, das ist mein verdienter Nachtisch. Alter, bitterer Nachtisch. Hm, okay, gut. Zeigen wir ihm mal unsere Anwaltsmarke. Sie sind richtig erwachsen geworden in den letzten paar Jahren, meine Liebe. Wie stolz Mia wäre, wenn sie sie jetzt sehen könnte. Sie sagte, mehr als alles andere wäre sie besorgt um mich. Ach je, freu dich doch einfach über das Kompliment, okay? Diese Kamera macht also immer ein Foto, wenn sie ein lautes Geräusch wahrnimmt? Das hat sie uns gesagt. Und sie war ganz zufällig so aufgebaut, dass sie auf den See gerichtet war? Ja, sie sagte, sie war dazu aufgebaut, Sternschnuppen zu fotografieren. Hm, Sternschnuppen. Explosion. Wo ist denn da der Zusammenhang? Ich wäre misstrauisch gegenüber ihrer Zeugin. Hm, seltsam. Ich habe das Gefühl, ich hätte diesen Mann schon mal irgendwo gesehen. Ah! Ist es Ihnen eingefallen? Er war ein Anwalt hier in meiner Kanzlei. Das ist Hammond. Robert Hammond. Herr Hammond? Und Sie sagen, das ist der Mann, den Miles Edgeworth erschossen hat? Das ist also der Moment, in dem das Verbrechen verübt wurde, oder? Ja. Man kann nicht wirklich mit Sicherheit sagen, dass das Edgeworth ist. Ich bin mir nicht sicher, ob das gut oder schlecht ist. Überhaupt nicht sicher. Hm. Wo die Artikel? Äh. Entschuldigen Sie bitte. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Ihnen dabei behilflich sein kann. Okay. Aber Hammond, Hammond, Robert Hammond, das war doch schon mal sehr interessant. Wer ist dieser Hammond überhaupt? Herr Hammond. Er war der Verteidiger in diesem Fall. Diesem Fall? Ja, in dem Fall DL6. DL6? Woran erinnert mich das? Können Sie sich vielleicht erinnern? Ich bin mir sicher, dass er während der Verhandlungen des Mordes an Mia erwähnt wurde. Das war der Fall, bei dem die Polizei so ratlos war, dass sie ein Medium beauftragte. Moment. Sie meinen doch nicht etwa... War dieses Medium meine Mutter? Ja, meine Liebe. Das Medium Misty Fee, ihre Mutter, nahm Kontakt zum Geist des Opfers auf. Aber der Fall wurde verloren. Es kam zu keiner Verurteilung. Der Fall DL6 stimmt. Es geschah vor 15 Jahren. Ein wirklich seltsamer Fall. Der Täter wurde nie gefasst, nicht wahr? Genau. Misty Fee benutzte ihre Gabe, um mit dem Geist des ertöteten Opfers zu sprechen. Ihre Aussage führte dazu, dass Anklage gegen einen Mann erhoben wurde. Aber Herr Hammond hat den Prozess gewonnen und der Verdächtige kam frei. Und die Polizei gab meiner Mutter die Schuld und nannte sie eine Schwindlerin. Sie hatten ihr damals aus der Patsche geholfen, nicht wahr, Herr Großberg? Äh, ja. Ja, genau. Vielen Dank. Nein. Ich bitte Sie. Nicht der Rede wert. DL6. Ich hätte nicht gedacht, diesen Namen je wieder zu hören. Aber warten Sie mal. Inwiefern hat dieser Fall denn mit Herrn Edgeworth zu tun? Er hat sehr, sehr viel mit Herrn Edgeworth zu tun, meine Liebe. Das Opfer im Fall DL6 war nämlich sein Vater. Gregory Edgeworth. Was? Sein Vater? Wenn Sie mehr erfahren möchten, sollten Sie ihn selbst fragen. Zeigen Sie ihm das hier. Ich bin mir sicher, dass er mit Ihnen sprechen wird. Äh, Moment. Das ist ein Foto von meiner Mutter. Misty Face-Foto zur Gerichtsakte hinzugefügt. Gut. Das hat uns an der Stelle schon mal sehr geholfen. Deswegen sagen wir, äh, danke, Herr Großberg und zurück in die Strafanstalt, bitte. 25. Dezember. Strafanstalt. Besucherraum. Was ist? Habe ich mich beim letzten Mal nicht klar genug ausgedrückt? Edgeworth, was ist mit Ihrer Verteidigung? Das geht Sie nichts an. Anscheinend hat er immer noch niemanden gefunden. Tja. Zeigen wir mal das Foto. Edgeworth? Ihr letzter Besuch ist doch erst ein paar Stunden her. Trotzdem hat Ihre Nachforschung unglaubliche Fortschritte gemacht. Ich muss zugeben, dass ich beeindruckt bin, Wright. Schließlich waren Sie schon immer sehr zielstrebig in Ihrer Arbeit. Wenn Sie etwas anfangen, dann ziehen Sie das auch durch. Was den Fall DL6 angeht... Richtig. DL6. Ich wollte nicht, dass Sie davon erfahren. Darum habe ich Ihr Angebot, die Verteidigung zu übernehmen, abgelehnt. Es tut mir leid, wenn es so klang, als traute ich Ihnen die Aufgabe nicht zu. Ich wollte Sie nur aus DL6 raushalten. Also, glauben Sie immer noch, ich sollte mich besser raushalten? Ich weiß es nicht. Aber ich sehe jetzt keinen Grund, Ihnen etwas zu verheimlichen. Sehr gut. Fragen Sie, was Sie wollen. Ich werde Ihnen nach bestem Wissen antworten. Juhu, wir haben es geschafft. So, reden, reden, reden. Edgeworth belabern. Der Fall DL6. Mein Vater starb dabei. Direkt vor meinen Augen. Er wurde erschossen. Ich habe alles genau gesehen. Meine Erinnerungen aus der Zeit sind verschwommen. Wahrscheinlich ein Selbstschutzmechanismus. Jedenfalls wurde ein mutmaßlicher Täter festgenommen. Ein Mann. Es war offensichtlich, dass nur er es gewesen sein konnte. Das Medium, das meinen toten Vater befragt hat, hat die Vermutung bestätigt. Ein Anwalt namens Robert Hammond wusch den Namen des Verdächtigen rein. Und Hammond ist das Mordopfer vom Gurtsee? Exakt. Hm. Das Medium, das war meine Mutter. Was? Sie meinen, Sie sind... Es ist seltsam. Ich dachte, dieser furchtbare Fall wäre so gut wie beendet. Und jetzt... Das. So gut wie beendet? Der Fall DL6 ereignete sich vor 15 Jahren. Vor 15 Jahren. Am 28. Dezember. Am 28. Dezember? Die Verjährungsfrist läuft in drei Tagen ab. Was? Ähm, Nick? Was bedeutet das? Wenn ein Fall verjährt ist, hat er sich rein juristisch betrachtet niemals ereignet. In drei Tagen wird die DL6-Akte geschlossen. Für immer. Was ist mit dem Verdächtigen? Dem, der für unschuldig erklärt wurde? Keine Ahnung. Er ist untergetaucht. Niemand weiß, wo er sich aufhält. Wäre er noch am Leben, müsste er jetzt so um die 50 sein. Ich denke, ich kann verstehen, warum er sich versteckt hält. Es wäre schwer gewesen, ein normales Leben zu führen als mutmaßlicher Mörder. Ähm... Also war ihr Vater Anwalt? Ja. Gregory Edgeworth. Zu seiner Zeit war er sogar eine kleine Berühmtheit. Also hatten sie sozusagen vor, in seine Fußstapfen zu treten. Darüber möchte ich lieber nicht reden. Hm. Darüber möchte ich lieber nicht reden. Äh, können wir ihm noch irgendwas zeigen? Mal gucken. Ihre Anwaltsmarke? Im Moment habe ich wirklich keine Lust, so etwas zu sehen. Ja. Was ist das? Ich bin nicht gerade zum Scherzen aufgelegt, right? Entschuldigung, ich wüsste nicht, was ich dazu sagen sollte. Wie war's mit dem Foto? Hm. Wer hätte gedacht, dass es ein Foto gibt? Edgeworth. Haben Sie ihn erschossen? Was denken Sie, Wright? Ich denke, dass Sie nicht der Typ sind, der eine Waffe auf jemanden richtet. Also haben Sie ihn nicht erschossen? Nein, habe ich nicht. Ich war es nicht. Wright. Hm? Es fällt mir schwer, Sie das zu fragen. Sagen Sie nichts. Sie wollen, dass wir Ihre Verteidigung übernehmen. Ja. Würden Sie? Auf keinen Fall. Nein, natürlich. Ja, wir helfen unserem Edgy-Petchy doch auf die, äh, ne, ja, wir helfen ihm doch unserer Patsche, ne? Das ist natürlich unser kleiner, süß Edgy. Ah. Wer hätte gedacht, dass wir diesen Tag noch erleben dürfen? Ich bestimmt nicht. Endlich habe ich die Chance, mich bei Ihnen zu revanchieren. Revanchieren? Bei mir? Wofür? Ich kann mich nicht daran erinnern, irgendetwas für Sie getan zu haben. Vergessen Sie es. Eigentlich müssen Sie gar nicht wissen, wofür. Ah. Mein schriftliches Gesuch. Geben Sie es bitte an Inspektor Gamsho weiter. Edgewolfs Gesuch in die Tasche gesteckt. Nun, ich denke, wir sollten... Äh, was ist das? Erdbeben! Nick! Ein schweres! Ah! Ah! Äh, es lässt nach. Äh. Puh. Hatte ich eine Angst. Hm? Hä? Wo ist Edgewolf? Da! Er liegt zusammengerollt und zitternd auf dem Boden. Mit Erdbeben kommt er wohl nicht so gut klar. Wegrennen? Okay. Aber sich auf dem Boden zusammenrollen? Okay. Ich glaube, das war's. Sieht nicht so aus, als ob Herr Edgewolf demnächst wieder aufsteht. Lass los, Nick. Äh. Okay. Wir müssen Inspektor Gamsho noch Edgeworths Gesuch geben. Hm. Komisch. Edgeworth. Angst vor Erdbeben. Na gut. Ja. Haben manche Leute. So, Kriminalabteilung. 25. Dezember. Polizeirevier. Kriminalabteilung. Was ist denn hier los? Äh. Was ist denn passiert, Inspektor? Diese wilde Lady ist vor einer Weile hier aufgetaucht. Sie sagte, sie wäre gekommen, um mit allen zu reden, wegen dem, was Herr Wright sagte. Was soll denn das alles, Junge? Lotterhart. Warum stöbern Sie rum und suchen nach weiteren Zeugen? Wollen Sie, dass Herr Edgeworth die Todesstrafe bekommt, Junge? Nein, natürlich nicht. Es ist nur... Ich meine, sie hat etwas gesehen. Dafür kann ich doch nichts. Ich kann ja nicht losziehen und Beweise verschwinden lassen. Äh. Wollen Sie irgendetwas andeuten, wie ich meinen Job verrichte? Nein. Halleluja. Äh. Nun, was hat Frau Hart gesagt? Sie sagte, sie hätte gesehen, wie Herr Edgeworth die Pistole abgefeuert hat. Was? Sie hätte sogar ein Foto, um es zu beweisen. Stimmt. Das habe ich auch gesehen. Aber man kann auf dem Foto nicht erkennen, wer derjenige ist, der geschossen hat. Deswegen hat sie gesagt, dass sie das Foto vergrößern wird. Sie sagte, die Qualität wird ein wenig darunter leiden, aber man sieht, wer es ist. Das kann sie tun? Okay, es wird also ein vergrößertes Foto geben, das Edgeworth bei der Tat zeigt. Fantastisch. Einfach fantastisch. Auf jeden Fall wird sie morgen auch sagen. Hä? Was ist denn mit dem anderen Zeugen passiert? Tja, nun... Offensichtlich hat es da eine Absage gegeben. Eine Absage? Ich fürchte, morgen geht es für einen armen Herr Edgeworth um Leben und Tod. Wir haben eine Zeugin, die behauptet, sie hätte den Mord direkt gesehen. Und wir haben das Foto, das gemacht wurde, als der Schuss zu hören war. Ich würde sagen, das klingt nach einem wohl nicht zu gewinnenden Fall. Aber... Moment mal, was hat Mia immer gesagt? Wenn er unschuldig ist, muss ich irgendetwas übersehen haben. Hört sich an, als würde Herr Edgeworth um einen Pflichtverteidiger bitten. Ich wurde eben gebeten, den entsprechenden Papierkram zu erledigen. Aber Sie haben noch Zeit, Junge. Sprechen Sie nochmal mit ihm. Tun Sie es für mich, bitte. Sie müssen ihn überzeugen. Sie müssen ihn dazu bringen, dass er Sie sein, dass er Sie seine Verteidigung übernehmen lässt. Bitte. Ich weiß, dass Sie der Einzige sind, der das schaffen kann, mein Lieber. Sie sind der Einzige, der Herr Edgeworth retten kann. Ja, sind wir in der Tat. Deswegen geben wir ihm jetzt nochmal schnell Edgeworths Gesuch. Zack. Sehen Sie mal, was ich da habe. Hey, Sie haben es geschafft, Junge. Da bin ich froh, dass ich mit der Abgabe der Papiere bis zum letzten Moment gewartet habe. Ich werde sie zerreißen und für Sie neu aufsetzen. Danke, Inspektor. Tja, dann werden wir uns morgen vor Gericht sehen. Viel Glück, mein Lieber. Hey. Haben Sie vor einer Weile das Erdbeben gespürt? Ich war besorgt. Besorgt? Uns geht's gut. Ich wohne hier schon mein ganzes Leben. Ich hab mich schon an Sie gewöhnt. Ach, ich war nicht um Sie beide besorgt. Ich war um Herr Edgeworth besorgt. Oh, nun gut. Er schien wirklich ein wenig heftig zu reagieren, jetzt wo Sie es erwähnen. Ja, nun, das überrascht mich nicht. Es war ein ziemlich heftiges Beben. Ich werde mal nach ihm sehen. Sie beide sollten etwas essen gehen und sich für einen Prozess morgen ausruhen. Tschüss. Hm. Ich frage mich, was es mit Herr Edgeworth und den Erdbeben auf sich hat. Ich frage mich... Er hatte sich nie vor Ihnen gefürchtet, als er noch auf der Schule war. Aber wir waren auch nur bis zur vierten Klasse zusammen auf der Schule. Danach hat er auf eine andere Schule gewechselt. Und ich frage mich, was dann mit Edgeworth passiert ist. Fortsetzung folgt. Dam, 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 dam. Ganz schön spannend bis hierhin, oder? Ja, also... Und der ganze Fall wird noch viel dramatischer und spannungsgeladener werden. Also darauf könnt ihr euch in jedem Fall schon mal freuen. Das soll es an der Stelle dann aber trotzdem erstmal gewesen sein. Wir machen hier an der Stelle bald weiter. Und Haringway sagt jetzt erstmal Tschö mit Ö. Und wir sehen und hören uns hoffentlich bald wieder. Also bis dahin.